so das ist eine autobahnfahrt mit dem fahrrad während der fahrraddemo auf der autobahn in berlin am 14.11.2020 gegen 100 und a49 jetzt geht's ab in den tunnel so So, also der Asphalt ist hier so geil, die Fahrradwege sollten Sie auch mal so machen. Das ist der glatteste Asphalt, den ich je gefahren bin hier. Warum nur für die Autos? Wäre doch ein toller Radschnellweg, oder? So, jetzt gibt es hier so einen Stau, Fahrradstau, war nicht schlecht, oder? So, jetzt gibt es hier so einen Stau. Also, alle sind begeistert, wie ihr hört. So, jetzt gibt es hier. So, jetzt geht's hier. Oh, jetzt sind es ja richtig stimmig hier. Oh, jetzt sind es ja richtig. 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 Oh, jetzt sind das ja richtig. Oh, jetzt sind das ja richtig. Vielen Dank.